Eine stabile und handlungsfähige Regierung, das zeigt nicht nur der Vergleich zurück, sondern das Vergleich zeigt auch der Blick in den Zickzack kuriert. Und das ist so, als wenn der Chefarzt mittendrin in der OP Diagnose und Therapie wechselt. Dass der Patient noch lebt, liebe Genossinnen und Genossen, hat mehr mit der guten Konstitution des Patientärzten zu tun, was die da in der letzten Periode schon angerichtet haben.